Pass auf, aber das, was jetzt kommt, ja, ganz riesig international, vor allem jede Menge große Fans. Chris Martin zum Beispiel, Frontmann von Coldplay oder aber Hollywood-Star Ben Stiller. Daniel Brühl, erfolgreicher deutscher Schauspieler, der hat in einem der letzten Videos mitgespielt und benannt hat sich die Band nach der Hauptperson aus dem Film Paris, Texas von Wim Wenders. Das aktuelle Album heißt Everything At Once und die aktuelle Single, die heißt Magnificent Time. Hier sind Travis. Musik 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 Yeah Beneficent time Hey, 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 hey Danke schön Magnificent time, danke schön, thank you so much, Travis Magnificent time, so großartig, ne, ein ganz besonderer Moment